Das Schicksal tapferer Männer, die sich furchtlos für die Sicherheit ihres Landes einsetzen. Ein Film von hohem Niveau mit einer spannenden, dramatischen Handlung. Einer der großen, menschlichen Filme, deren erschütternde Wahrheit uns ein unvergessliches Erlebnis vermittelt. Szenen von atemberaubendem Geschehen. Ein Meisterwerk des großen Regisseurs John Ford. In den Hauptrollen John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple, Pedro Amendariz, Midward Bond, George O'Brien, Victor McGregoran und Anne Lee, Iron Rich, Dick Thorne, Guy Kibbe, Grant Wissers und John Agar. Bitte, Philippini, willst du mit nach Haus kommen? Aber ich möchte noch nicht gehen, Vater. Entschuldigen Sie, Herr Oberster, dass ich... Leutnant O'Rourke, ich möchte von Ihnen keine Erklärung haben. Bitte lassen Sie sich nur das eine erklären, ich liebe Ihre Tochter. Leute von Ihnen werden getötet. Tapfere Männer, die ihre Pflicht tun, wie ich, Herr Oberst. Und das wäre nicht passiert, wenn der aufgeblasene Mr. York... Du schmutziger Kerl! Hauptmann York! Wenn das Regiment ausrückt, Herr Oberst, wird Cochise denken, ich hätte ihn betrogen. Sehr richtig. Mit Recht wird er es glauben. Wir haben ihn auf amerikanischem Boden zurückgebracht und werden ihn hier festhalten. Entschuldigen Sie, Herr Oberst, ich habe Cochise mein Wort gegeben. Ich möchte nicht zum Betrüger an ihm werden. Sagen Sie ihm, ich finde ihn ehrlos. Und dass er zur Regierung der Vereinigten Staaten spricht. Hablando al gobierno americano. Trifft er im Morgengrau nicht ein, greifen wir an. Sagen Sie das. Und wenn er es nicht hat, dann wird er an. Sagen Sie, ich finde ihn nicht nicht. Sagen Sie, ich finde ihn nicht. Sagen Sie, ich finde ihn nicht. Untertitelung des ZDF, 2020